Und jetzt gebe ich das Mikrofon an den Maximilian Plenard von Besser Leben mit Cannabis. Hallo Max. So, hallo Anfparade, seid ihr noch da? Ja, schön, dass ihr euch den Weg hierher gefunden habt. Ich habe auch dieses Jahr wieder sehr viele vertraute Geschichten gesehen, die schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten zusammen mit mir und anderen kämpfen, dass wir heute diese historische Anfparade feiern. Wir haben gehört, ein Drogenbeauftragter war da, der Gesetzesentwurf, es läuft, es könnte schneller gehen, aber trotzdem, so weit waren wir noch nie in der Geschichte. Bevor ich zu meinem inhaltlichen Punkt komme, lade ich auch nochmal alle Patienten, die es noch nicht gesehen haben, im Namen der Berliner Cannabis-Hilfe auch in unseren Patientenbereich da drüben ein. Dort können sich Patienten informieren oder auch einfach zusammensitzen, konsumieren, medizinieren und einfach ihr Demorecht hier wahrnehmen. Also, ihr seid alle recht herzlich eingeladen und auch da danken wir unseren Sponsoren, die das wieder möglich gemacht haben. Ich durfte ja als Akzeptvorstand bei den Konsultationen dabei sein. Eine Sache, die ich dort immer wieder einbringen musste, zwischen auf der einen Seite, ja, Leuten, die nur die Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit gesehen haben, einfach mal den Punkt, dass Cannabis ist und bleibt kein Brokkoli, aber es ist kein waffenfähiges Plutonium und wir sollten nicht anfangen, es als solches zu behandeln. Weil was in dieser Diskussion gefehlt hat, war einfach der gesunde Verbraucherschutz, weil wir, wir müssen uns auch neu definieren, wir sind nicht mehr Konsumenten, Gebraucher, nein, wir sind jetzt, also Gebraucher oder Konsumenten, wir sind Verbraucher. Verbraucher wie ein Verbraucherschutz, Verbraucher wie ein Verbraucherrechte und diese Stimme muss rein in diese Diskussion, weil wir werden über das System abstimmen, ob es funktioniert oder nicht und deswegen müssen wir der Politik sagen, macht keinen Unsinn, nutzt den gesunden Menschenverstand, wir können mit Alkohol umgehen, wir können mit Tabak umgehen, mit Klorreinigern, Feuerzeugen, mit anderen potenziell tödlichen Gegenständen, lasst uns ein bisschen Eigenverantwortung, wir kriegen das schon hin und wir müssen nicht bis ins Kleinste bevormundet werden. Weil das wird der Gegenpol sein. Leute, die eine Vollkasko-Legalisierung haben wollen, ab 25 nach Psychotest, keine Kinder zu Hause und nur bei Vollmond und dann zwei Gramm, aber unter 10% sehr zäh. Das ist ein bisschen der Gegenpol, an dem wir uns abarbeiten müssen und uns ist allen klar, klar kann man so legalisieren, aber dann funktioniert es halt nicht und das ist scheiße. Denn am Ende vom Tag muss es um eine Sache gehen und das wird der Grundsatz sein. Das muss für jeden und damit meine ich jeden Verbraucher, das meint auch Leute, die minderjährig sind. Das muss immer leichter sein in Zukunft. Legales Cannabis zu bekommen, als irgendwie wieder auf den Schwarzmarkt ausweichen zu müssen. Das muss das oberste Ziel sein. Diese Messlatte, wie viele Menschen bekommen wir aus der Illegalität in die Legalität, das ist der wichtigste Maßstab. Der ganze Rest, wie wir es ausgestattet haben, sind scheiß Details. Wir müssen den Schwarzmarkt abschaffen, wir müssen ihn transformieren in die Legalität und das muss funktionieren und das werden wir mit unseren Füßen abstimmen. Das wird sicherlich bedeuten, es wird diverse Regeln geben, aber es wird auch ganz viele Bedürfnisse geben. Als Eltern brauche ich vielleicht ein anderes Gerät als jemand, der vielleicht mobilitätseingeschränkt ist. Aber erwachsene Menschen werden sich Cannabis aussetzen dürfen, wenn sie wollen. Und das heißt auch, dann sollen sie sich hochinfused Zeug zusammenrühren lassen. Ich möchte auch mein Hoch-THC-Ul kaufen können, wenn ich backen will. Ich kann damit umgehen. Ich weiß, es gibt Sachen, die sind unterschiedlich potent, aber wenn ich als Erwachsener das Recht habe, Auto zu fahren, Pornos zu kaufen, alle möglichen fragwürdigen und unsinnigen, gefährlichen Quatsch zu machen, dann lasst mich doch auch bitte mit Cannabis umgehen als Erwachsener, weil so mündig sind wir das. Und nur wenn das funktioniert, kann die Legalisierung funktionieren. In diesem Sinne, heiter weiter, ich hoffe nächstes Jahr und es ist zumindest denkbar inzwischen und wenn sonst in zwei Jahren wir so weit waren, wir noch nie, die Legalisierung steht vor der Tür. Vielen Dank.